hey leute sie haben wir hier und so und heute spielen wir wieder eine oder testen wir wieder eine neue modifikation es kam gleich als ich hab jemand geladen und dann kam gleich ein einsatz rein wir können ja mal starten reparieren sie die bahnschranke schnell bevor es kommt flüssig die bahnschränke ist kaputt wir haben ganze drei ich hab das gemodelt das ist ja auch so indirekt gemodelt haben wir erst sek ein polizei auto es gibt jetzt nicht bei der polizei so viele wir brauchen jetzt mal eine polizei natürlich von ganz rechts kommt kann man blaulicht ja man kann blaulicht aus und einschalten kann ich mal so ein geil ich wünsche dass die mod so so unflüssig läuft ich glaube das liegt einfach daran dass man computer seine tage hat gott sind die sexy so eine helikopter haben sie gemacht gut da haben sie sich doch ein bisschen mehr gegeben die feuerfahrzeuge gucken der berge kran rot feuerwehrfahrzeug feuerfahrzeug feuerfahrzeug die sind ganz geil aus kann man auf jeden fall nicht meckern die feuer männer aber das ist irgendwie nicht wirklich anders aus dann haben wir noch mal einen kran ach so dass das vlf ok dann haben wir ja gut der sieht anders aus ja nef rtw intensiv transportwagen bestattungswagen ja ja k tv weiß ich nicht ob man sowas braucht der helikopter sieht nicht aus ist ein ganz normales sanitäterteam ja dann gott fahren die langsam oder leckt einfach nur so dass ich denke dass sie langsam fahren können sie ja mal was ich schon gesehen habe ein aufklärer kommen wir setzen mal voll ich habe echt überlegt aber ich ja es war wahrscheinlich geht es jetzt mit dem gar nicht was gibt es ja war ja klar es ist wirklich nicht so bombe kann sich mal das freiwillige angucken hier haben wir zum aufladen das vlf karl f wlf wie auch immer wir den freiwehrmann was ist hier hier zu dem halt auf jeden fall der schraubt da gerade rum und hier drüben haben wir die einsatzzeitstelle da können wir noch was alarmieren da gar nichts komisch sirene dlk dekon p können wir alarmieren ok lassen wir es mal an ja ist die was in ist die ist das hier ein esd nee das hier soll eine baustelle darstellen was ist das ach bombenkommando wahrscheinlich die nicht mehr ins auto einstellen können die mord hat es echt saugut gemacht aber das auto kann schon nachher es kann aber schon zum akku fahren ja haben wir unten zwei polizisten stehen oder whatever jetzt haben wir hier noch eine baustelle noch eine baustelle noch eine baustelle das grüne sind wahrscheinlich die einzugs gebiete wo die alle rein fahren könnten kann ich das auf den ersten ach so ich mal schwarz die sirene alarmieren ja es hat eine standardmäßige sirene mal die polizei aussteigen mal die polizei aussteigen alter radar warnschild absperrung pylone bitte drehen sie um haben die eine waffe ja ja ein bisschen verändert sind die schon ich würde gerne noch näher heranzoomen das ist aber maximum hier ja ich hab das fast geschafft super ja so die polizisten können wir jetzt auf spaß einfach mal zum kontrollpunkt fahren lassen Achtung Brandausbruch Ursache offenes Licht und Feuer löschen sie alle Brände Oh nein Entschuldigung äh äh Rüstwagen RLF TLF erst mal ein TLF und dann noch äh noch ein TLF dann erst mal ein Rüstwagen noch dazu ist auch hey hier bewegen sich die Fahrzeuge sogar ah ja hier die kommt alle von woanders ja gut sie reden das jetzt nicht wirklich anders als wenn sie das schon auch ich bin mir vorsichtshalber weil einfach weil ich jetzt Bock drauf hab nochmal ein DLK ich möchte mal wissen wie das aussieht so was können wir hier alarmieren Wasserwerfe Demo Alarm Kripo Kripo ja ja das war's ok achso natürlich aber das ist es der Gewerbung von hier oben kommt nein er kommt natürlich von hier unten oh die sehen cool aus ich kann sie auch eine fest anziehen schussweste so ein geld ist die mod gar nicht ich hab die mir ungeiler in erinnerung behalten oh shit haben sie das verändert so die polizei steht am kontrollpunkt bestätige ist in arbeit rein abstellen nein ich war ernst jetzt brandausbruch durch fahrlässigen umgang mit brennbarem material löschen sie alle brennen sicher ernst katastrophenalarm katastrophenalarm voll besetzen was so was so Stimmt, kann der jetzt, kann sie auch einen Witz jetzt aufstellen? Nein, aber er. Auch nicht. Okay. Ey, Junge, ne? Ja, bitte einsteigen, ne? Ja, dafür blinkt ein Blaulichter ganz cool. Jetzt haben sie sich nicht ineinander. Die haben sich nicht wirklich gerade ineinander. Ey, die Mord ist... Traumhaft. Ja, super. Jetzt haben wir alle drei im Einsatz und können uns keinen neuen kaufen und können auch keinen verkaufen. Es ist doch... Es ist doch echt... immer schön. Oh, Leute, ne? Oh, Leute, ne? Ich bin unterliegt. Was geht? Ich bin unterwegs. Was geht? Ah, ist doch grauenhaft. Ja. Oh Gott. Was geht? Habe verstanden. Lol. Verstanden. So gut. Was gibt's? Das war sehr wenig in meiner Absicht, aber passiert. Also er hat es in der Hand, aber er holt es einfach nochmal. Nur um sicher zu gehen, dass er es gleich nochmal holen kann. Um dem hier einen Hatcher zu geben. Tod. Was gibt's? Ja, 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 ja. Was gibt's? Ganz einfach. Oh, ein Feuerchen ist abgeschlossen. Was gibt's? Auf dem Weg. Ja? Alter. Mal gucken, wie ich vielleicht die LK sich alarmieren kann. Was gibt's? Was ist das? Ja. Ja. Wir können mal den Demo-Alarm machen. Und den Wasserhelf alarmieren. Ja? Wird gemacht. Ist denn Arbeit? Höre. Hat keiner gesehen. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Ja? Auf dem Weg. Ich brauch mehr DLKs. Ich brauch mehr DLKs. Ich brauch mehr DLKs. Und hier ist auch noch ne Feuerwache. Was liegt's? Na dann. Ich denke mal, das ist so realistisch. Am besten. Der kann nur so langsam fahren. Pass auf. Da steckt wieder ein Auto fest. Was ist das, was ich bei diesem Mod witzig finde? Du kannst bestimmt 10.000 Mal den Wasserwerfer auch noch alarmieren, oder? Ja. Was soll man dazu noch sagen? Damit gewinnst du jede Demonstration mit einer Million Wasserwerfern. Was gibt's? Hier steht, man kann einfach nichts machen. Alarmieren. Was gibt's? Roger. Bestätige. Da kommt noch einer. Ja. Schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Da muss ich die einkesseln. Naja, ja. Ja. Ich hab ja auch so viele Einsatzkräfte zu verführen. Das würde bestimmt funktionieren. Ja. Warum auch nicht? Naja, das war die Österreich-Mod. Äh, meine Mod ist es auf jeden Fall nicht. Also, ich spiele lieber gute Mods. Also nicht, dass sie nicht gut ist, aber... Hm. Ja. 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 Ja.